Die Flamme des Leidens Wie wenn ihr Mönche aus Öl und Docht erzeugt, das Licht einer Öllampe brennte und ein Mann von Zeit zu Zeit Öl aufgösse und den Docht besorgte. Dann würde ihr Jünger die Öllampe, da ihre Flamme solche Nahrung hat und solchen Brennstoff erfasst, andauernd lange Zeit hindurch brennen. So wird auch ihr Mönche in dem, der sich dem Reiz der Daseinsfesseln überlässt, der Durst gemäht. Aus dem Durst entsteht Ergreifen der Existenz. Dieses ist die Entstehung des ganzen Reiches des Leidens. Wie wenn ihr Mönche aus Öl und Docht erzeugt, das Licht einer Öllampe brennte und niemand von Zeit zu Zeit Öl aufgösse und den Docht besorgte. Dann würde ihr Jünger die Öllampe, da der alte Brennstoff verzehrt ist und kein neuer hinzugetan wird, aus Mangel an Nahrung erlöschen. So wird auch ihr Mönche in dem, der in der Erkenntnis von der Verderblichkeit der Daseinsfesseln verharrt, der Durst aufgehoben. Durch Aufhebung des Durstes wird das Eingreifen der Existenz aufgehoben. Dieses ist die Aufhebung des ganzen Reiches des Leidens.